Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Update-News-Info, auch ein bisschen Patch, aber ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, in der Videobeschreibung oder im Videotitel, es geht darum, dass viele, viele darum berichten, dass ihre Xbox Singleplayer-Spielstände weg sind. Also im lokalen Modus. Ich kann nicht ganz damit aber mitreden, weil ich spiele ARC nicht im Singleplayer-Modus, also ich spiele es nur auf unserem Xbox-Server, dazu auch einen Link in der Beschreibung. Auf jeden Fall, es gibt hier eine Meldung für Attention Xbox Survivor, dann bekommt ihr diese Meldung von Studio Wildcard, die gepostet worden ist gestern, wahrscheinlich gestern Abend auf heute Morgen, unter dieser Mitteilung steht. Wir haben einige Vorteile bei den Problemen gemacht, das Einzelspieler-Spielstände betrifft, nachdem wir den fix getestet haben und haben den Pfad zur Zertifizierung eingereicht. Leider werden wir nicht in der Lage sein, rückwirkend alle Speicherstände wiederherzustellen, die mit dem Update verloren gegangen sind und dafür entschuldigen wir uns aufrichtig. Wir verstehen, wie nachteilig und einschneidend dies für diejenigen ist, die ihren Fortschritt verloren haben. Es gibt jetzt neue Maßnahmen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Wir werden sie auf dem Laufenden halten, während der Patch die Zertifizierung durchläuft. So Leute, das heißt im Großen und Ganzen, Wildcard hat einen Patch schon in der Hinterhand, der wird jetzt gerade von Xbox geprüft und kommt dann im Endeffekt online. Das kann sein, dass er Laufe des Tages kommt, das kann sein, dass er morgen kommt, das kann aber auch sein, dass er nächste Woche kommt. Solange dieser Patch nicht da ist, braucht ihr im Endeffekt eigentlich nicht im lokalen Modus speichern. So sehe ich das auf jeden Fall, weil es irgendwie Probleme immer noch macht. Für die, die einen Speicherstand verloren haben, ist dieser weg. So hart, wie das klingt, aber so lese ich das. Sie sagen, sie können sie nicht wiederherstellen. Was ich sehr, sehr, sehr hart finde, natürlich für Leute, die halt mehrere Jahre vielleicht schon darauf gespielt haben und der Speicherstand jetzt weg ist. Man kann dann wahrscheinlich leider nichts machen. Ja, also wie gesagt, das ist halt, das ist im Endeffekt die News. Falls jemand jetzt zum Beispiel sagt, okay, er hat jetzt keinen Bock mehr lokal zu spielen und will einfach nur für sich ganz alleine online spielen. Wie gesagt, ich kann es immer wieder anbieten. Wir haben auch einen Xbox-Server, der einfach nur leicht erhöhte Werte hat. Bei uns könnt ihr im Endeffekt einfach für euch spielen. Bei uns gibt es keinen Community-Zwang oder irgendwelche, dass man hier irgendwie Events und bla bla bla. Sondern unser Xbox-Server ist einfach nur da. Hat ein paar, wie gesagt, ein paar Schienen angepasste Werte, wie Taming mal 3, Abbau mal 4. Wirklich relativ niedrig geboostet, aber auch da findet ihr alle Infos in der Beschreibung. Wir haben auch einen Discord, den ihr so gesehen joinen könnt. Einfach mal um die Regeln mal zu lesen. Könnt danach dann aber gerne stumm schalten, wenn ihr möchtet. Da werden einfach nur mal wichtige Infos reingepostet, wie wenn Updates kommen. Aber im Endeffekt ist der Xbox-Server einfach nur da, um zu spielen. Und im Endeffekt, so wie Offi, nur halt ein bisschen mehr geboostet. So, Leute, das war es euch heute gewesen. Wie gesagt, ich will jetzt keine Xbox-Werbung für meinen Server machen, aber ich spiele es einfach nur den Leuten an, die jetzt vielleicht Heimat suchen und wieder gerne irgendwo spielen möchten. Sonst wird in diesem Video, wenn es Lösungen gibt, wenn ihr vielleicht irgendeine Lösung gefunden haben solltet, die gehen sollte, weiß ich jetzt ja nicht, weil, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht so stark aus, aber ich glaube, man kann das nicht in seinen Speicher wiederherstellen. Oder der Patch wirklich da ist, werdet ihr das in diesem Video erfahren. Wenn es eine krasse irgendwie News noch geben sollte zu diesem Update, wird es halt im nächsten Patch-Notes-Video mit dabei sein, falls es noch mehr gepatcht wird. Dann würde ich sagen, trotzdem, Leute, euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.